Hey, ich bin's und ich bin mal wieder hier am Announcen und ich wollte euch mal kurz sagen, was hier abgeht. Wir haben wieder eine coole Aktion für euch vorbereitet und zwar, das hatten wir ja schon mal letztes Jahr, mit den Trikots, wo ihr euch verewigen konntet, im Major und da jetzt ein großes Event auf uns zukommt, Cologne, was für uns sehr besonders wichtig ist, natürlich habt ihr noch mal die Chance, euch ein Trikot zu bestellen und euch zu verewigen und ich würde mich freuen, wenn ich alle eure Namen auf meinem Trikot tragen könnte. Dieses Mal wird es mehr sein als beim letzten Mal, also mehr Namen, mehr stolze Namen auf meinem Trikot. Ich hoffe, wir sehen uns und ich hoffe, ich sehe euch auf dem Trikot und kann euch mit Stolz tragen. Hashtag gemeinsam.